Oh, da ist er down! Und er fliegt hoch! What?! Er ist wieder zurück geflogen! Nice Hacks! Moin Donne! Herzlich Willkommen zu einem weiteren Duell der Giganten! Heute ist mal wieder die gute alte 3 am Start und die Todfressen Gang! Hey! Manu! Todfressen Gang! Du bist ja nicht mehr! Wir müssen im Takt sein! Todfressen Gang! Todfressen Gang! Todfressen Gang! Todfressen Gang! Ich hab gut getanzt! Jetzt bin ich aber weg von dir! Ja, hinter dir! Todfressen Bruder! Du siehst aus wie Aladin, alter! Die gute alte Todfresse! Ich würd gern mal deinen Pilz in mein Mund nehmen! Bogensbeef! 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 Alter, dein Pilz! Jaaa! Ein roter Pilz! Was? Bitte hör auf! So Leute, wie immer die Info! Es könnte sein, dass es hier ein bisschen verpixelt ist! Oh Gott! Oh Gott! Alter, ich wär fast! Boah, das ist knapp! Ich muss ja ganz ehrlich sagen! Bogensbeef gehört nicht unbedingt zu meinen Favorites! Was? Alter, da ist einer runtergejumpt! Ich muss jetzt mal gucken, dass ich hier Kills mache! Alter, haben die ja grad gelegt! Oh, ich hab jemanden gekillt, alter! Nein! Bitte! Oh! Ja, ich hab einen! Ich bin tot! Ach nein, nicht Paluten! Nicht Paluten! Ich hab noch einen! Ja, ich hab mich grad fast selber getötet! Alter, das ist knapp! Das kann doch nicht wahr sein! Ja doch, siehst du doch! Manu, ich hör dich gerade nicht, das ist ja klar! Geil, ne? Gut, dass du tot bist! Oh Gott! Wie du... Paluten! Paluten! Bist du tot? Ich bin wieder da! Ich hab meinen Schale gebunden, weil... Ich denke, damit wirke ich intelligenter! Ja, Alter, du wirkst ja eh so krass, alter! So krass, Digga! Du bist intelligent! Ich hab meinen IQ-Test gemacht! Hattest du elf? Ich hatte tatsächlich irgendwas 65 oder so! Die Leute meinten, nein! Die Leute meinten, es ist krass, dass ich aufrecht gehen kann! Oder überhaupt sprechen kann! Ja, das wundere ich mich! Ich find das eh krass, dass du... Leute, wieder fast selber getötet! Sag mal, bin irgendwie ein bisschen krass drauf heute? Alter, krass! Ich bin wirklich ein krasiger Bub! Jetzt mach die doch mal platt, Alter! Ja, ich will die ja töten, aber die... Der meint von ich! Na guck, der ist gut! Oh, da ist er down! Und der fliegt hoch! Er ist wieder zurück geflogen! Nice Hacks! Er ist zurück geflogen bei mir! Der ist doch tot oder nicht? Nee! Der KXKS! Ja! Der ist wieder hoch geflogen bei mir! Der eine leckt auch bei mir! Alter! Da ist der Typ einfach wieder... Ich weiß nicht, ob das ein Leck war, aber das war... Es sah so hart nach Hecken aus! Ich find ein 7! Er war bei mir einen Meter unten und dann auf einmal zack! Wieder oben! Mein Handy hat vibriert, Manu! Mal gucken, wer das ist! Ich vielleicht! Oh, mir hat jemand auf Facebook geschrieben! Ne 1! Was ist das denn für ein komisches... Ne 4! Jawoll! Oh nein! Ich guck mal ganz kurz, hoffentlich... Mal gucken! Ah! Okidoki! Ah! Ah ja! So! Deine Morda! Sie hat gesagt, lass Piloten gewinnen! Der sieht so dumm aus! Ich glaub, du hast eine Nachricht auf deinem Handy! Ah! Jetzt hast du ja gerade geschrieben! Nicht geschrieben! Ja, gesprochen! Warte mal! Ja! Oh! One in the Chamber! Hallo Manu! Ich spiel jetzt gerade mit dir! One in the Chamber! Bis gleich! Wollen wir es gleich! Ja! Ja! Oh Mann! Ich komm jetzt zu nichts! Ah! Sonne! Scheiße! Ich hasse mein Leben! Bitte! Waluten! Bitte! Kannst du mich bitte gewinnen lassen? Ne! Scheiße! Oh nein! Nein! Daneben! Nein! Oh Mann! Oh Mann! Nein! Shit! Ach Paluten! Ich werd das nicht gewinnen! Nein! Oh Leute! Ich hab dich! Das war ich! Nein! Daneben! Ja! Ich auch! Das tut immer weh ne? Im Herzen! Loh! Ich wurde von hinten gerackt! Nein! Nein! Dann staubst du den ab Manuel! Loh! Ich hab beide bekommen! Du bist so ein... Ja! Der eine davon war ich! Ja ich weiß! Ja ich weiß! Scheiße! Mann! Manchmal bereue ich es nicht so schnell geschossen zu haben! Nein! Ich hätte nicht was gehabt! Scheiße du Sack! Hä? Wie konnte der denn nicht treffen? Du hast mich getroffen! Aber da war noch ein anderer! Oh! Dann kommt er! Oh! Wie doof! Als Oppi! Oh Mann! Was? Und? Weiter! Weil du hast echt noch viele getötet! Putz! Biceps Putz! Oh Mann! Die Almighty Power Machine hat letztens! Aber bei mir sieht das leider nicht imposant aus! Nur bei der Almighty Power Machine! Ich hab ja das Gefühl du bist das! Nein! Ja doch! Drei! Ich glaub du bist das! Nein! Wie kann ich das denn sein? Manuel! Denk doch mal nach! Der hat nen Schnurrbart und ne Brille! Ja bitte aber nicht schlagen! Ich hab übrigens ähm Gettin ne 2 bis 5 würfeln können und hab ne 2 bekommen! Geil ne? Oh! Ist nicht schlecht! Ziemlich impressive! Danke ja! Ist geil alter! Und du bist nicht mal erster! Was? Ja! Tatsächlich! Alter Mike! Es gab mal zwei Felder vor mir! Lol! Wer denn rennt? Oh schade! Ach komm Wolkenquiz! Ach Wolki ey! Wolki Wolki! Ey komm wir haben doch eigentlich so oft Wolkenquiz gespielt! Normalerweise müssen wir alle Fragen kennen! Die ich sofort aus meinem Gedächtnis streiche! Ja! Längster Fluss der Welt! Äh ich glaube ich weiß es! Ich bin mir aber nicht sicher! Und ich hoffe du siehst nicht wo ich stehe! Ich hoffe das ist... Hä? Gehts mal los? Ah ich bin auch da! Ja! Nice! Richtig! Oh oh! Amazonas ist auf jeden Fall auch ganz... Winkt halt auch groß! Wann fand die erste Fußball WM statt? Nein! Das ist natürlich ne Sache die man wissen muss! Ähm... Ich kann... Ich weiß es nicht genau! Rate! Ne ich glaube 28! Antwort 3! 30! Ich bin falsch! Jawoll! Doch die 30! Jawoll! Hat Ungarn glaube ich gewonnen! Hilfe! Wem stammt die... Oh das hab ich doch schonmal falsch gemacht! Alter schau wieder! Ich war... Ich vergesse das immer! Ich hab's auch vergessen! Jedes Mal! Mann man kennt alle drei Namen! Bitte! Nein! Verdammt! Ich hab so ein... Schlechtes Gedächtnis! Junge wieso sind wir so dumm? Hey da bist du... Wie viel Herz zum Sprung... Oh das weiß ich auch nicht mehr! Ey das hab ich wieder vergessen! Es ist so schlimm! Es ist... Komm bitte! Oh Gott sei Dank ey! Da haben wir gut geraten! We are... Awesomo! The best! Von welchem Tier hat der Kripp... Okay... Das ist Easy? Easy! Easy! Natürlich der Eisengollem! Oh es ist Easy! Ich bin hier... Ich bin hier... Ich bin jetzt nicht Easy! Ihr doch! Nein! Ihr doch! Ihr doch! Welche Spitze er gebaut am schnellsten? Ach man ey! Komm nochmal mit schwierigeren Fragen! Was ist denn los hier? Locker ne? Locker! Perfekt! Komm gib mir den zweiten Platz! Ich bin einer der dritten... Ja ich bin dritter! Woll! Ach man! Mein... Komisches Kabel ist so mega kurz! Achso wegen dem Schal! Mein komisches Kabel ist so mega kurz! Achso wegen dem Schal! Mein komisches Kabel ist so mega kurz! Hast du mich gerade nachgerecht? Ne! Ne 5! Ne 2! Ha 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 ha! Aber dafür kriegst du jetzt was gutes! Ne 5! Ne 3! Das! Ich hab ne 3 bekommen! Ja man hätte ich auch nicht würfeln können! Ich hab irgendwie das Gefühl dass meine Facecam bisschen komisch gerade ist! Oh! Ein Feld auseinander! Oh! Oh ich hab ein Bowserfeld! Oh nein! Oh nein! Verdammt! Ja! Endlich! Das kann ich nicht! Ja! Aber nur zwei Felder! Hey! Da bist du! Hinter dir! Oh geil! Ach komm ey! Ja! Du weißt schon mal gewinnt ne? Ich kann Drachenflucht einfach nicht! Ich find das voll easy! Ich find das voll easy! Also ich schaffe es zwar nie bis zum Ende aber irgendwie gewinn ich immer! Ich weiß nicht warum! Ja! Das makes me sad! Gleich doch weil ich hacke! Ich hab mal darüber nachgedacht! German let's play hacked! Bitte nennen den Part nicht so! Oh! German let's play hooked! German let's play hooked! German let's play hooked! German let's play hooked! Das war nicht so nice sein eines Intro mit German let's play and paletten LP als Ja! Ich hab jetzt mal die Paletten ausgeschnitten! Weißt du andere hätten die Paletten einfach gegoogelt! Und dann mit nem weißen Rand reingemacht! Aber nein! Der Manuel schneidet die perfekt aus! Krass! Wie du! LOL! Ich bin tot! Zum ersten Mal so früh gestorben glaube ich! Kaiser! Werde ich dritter! Ich werd nicht mal dritter! LOL! Das war ein Ruggler! Ey das muss man sowas von auf der Aufnahme gesehen haben! Da hat's geruggelt! Aber du bist doch erster! Ey warum bist du nur erster? Warum geht's nicht zu Ende? Ah ne! Ne da sind doch... Oh! Da überholen... Oh! Komm! Oh ne! Und noch welche! Mach ihm Platz! Ernsthaft? Hey nein! Da ist doch gar keiner mehr! Guck dir mal nach rechts! Der laufen doch noch zwei! Nur der eine! Ne! Da sind zwei! Zwei laufen doch! Lol! Warum bist du drei! Vier! Warum bist du denn dann noch Zweiter? Das ist ein Bug! Lol! Ja aber! Warte mal! Das können auch Spectator sein, die einfach gesagt haben, ich lauf weiter! Ach so! Ja okay! Ich bin übrigens fehlter Platz! Nice! Danke! Komm jetzt mach doch mal hier! Och! Ne drei! Was ist denn heute los? Ja geil! Ich spiel echt gut! Aber du hast noch einen zweiten Würfel! Ne vier! Ne vier! Scheiße! Ah nein! Ich hab ne fünf! Mal lupen! Wir sehen uns auf der anderen Seite! Tschüss! Du Fressi! Ah du auch! Du kleine Tötti! Fressi! Hui! Oh! Ich bin irgendwo gegenüber! Ich bin vierter! Oh! Einen fällt vor mir bitte! Ah hey! Haha! Hi! Hallo Manu! Hi! Bring für mich! Ja! Komm schon! In the middle of the rock! Oh geil! Zweimal fünf drücken! Einmal fünf drücken! Oh man! Das wird ein Spaß! Das wird ne Menge Spaß! Das wird ne Menge Spaß! Ist bereit! Ja obwohl die Map kann ich nicht so gut! Da bin ich schon öfter hingeblieben in den letzten Runden! Hingeblieben ist er auf jeden Fall! Alter Junge! Haha! Oh German let's play! Ja ja! Gleich hole ich erst auf was los Digga! Hey! Hier bin ich einmal so richtig doof gestorben! Nein! Ich bin gestorben! Hä? Das war aber auch richtig doof! Warum bin ich denn noch verreckt? Ich weiß es nicht! Ich glaube das sind Hacks! Ich glaube du hast mich gehackt! German let's play! Kann das sein? Ich glaube schon! Ja scheiße Alter! Das werde ich niemals mehr aufholen! Also gewonnen hast du auf jeden Fall! Ah! Da ist wieder ein Falschfahrer! Da ist wieder einer! Oh! Geisterfahrer! Hoi! Hoi! Zack! Ja das ist so dumm ne! Wenn du hier einmal verkackst ist es echt komplett vorbei! Ja du darfst halt nicht das eine ohne Pferd! Und dann läuft mein Pferd! Oh ich hole langsam auf! Ach man wenns noch eine! Ja? LOL! Wenns noch eine Runde mehr wäre könnte ich nur aufholen! Also dich nicht mehr! Aber die anderen! LOL! Scheiße! Krass! Pferderennen und ich bin nicht mehr in den Top 3! Pferd! 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 Und ne 2! Goh! Was ich gewürfelt hab! Guck mal rüber! Geil nö! Ne 1! Erstmal Pferderennen verlieren und ne 1 würfeln! Geil! Du hast auf jeden Fall gewonnen! Das ist dein Lifestyle! Ja! Das ist dein Jam! Ja! Also ich bin nicht in den Top 3! Never ever! Ich bin momentan 2 da! Ja, Mike, ist diesen... Replica, komm, bitte! Nein, kein Replica, bitte nicht, bitte nicht. Ich hab echt... Komm, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein! Wenn ich sag nein, dann nein. Woolblock, yes! Obwohl, Woolblock hab ich in letzter Zeit auch immer mega verkackt. I don't know why. Weil du nicht mit mir in die Ecke gegangen bist. Nee, weil ich mich zu sehr auf dich konzentriert. Du bist ein schlechter Einfluss. Das hat meine Mama schon gesagt. Der klaut. Der klaut. Der klaut und er trinkt Katzenwelten. Ich trink die? Du trink... Oh. Hallo, Windelhopser. Oh Gott, oh Gott. Geh weg. Oh Gott, Alter, geh doch. Bitte weg. Oh blau, zack. Kannst du ein Traden, Alter. Ja, komm her. Mann. Hast du gesehen, Alter, wrist takey? Wrist takey? Wrist takey, Alter. Hallo Peach. Ich geh jetzt da rüber. Boah, hat man hier noch viel Zeit. Aber jetzt geht's, glaube ich, wieder richtig schnell. Ja! Oh, du hast viel erwischt. Fuck, ja, mich auch. Echt? Ja, ich bin tot. Und... Okay, jetzt P-Dizzle. Oh Gott. Oh Gott. Richtig einfach. Ja. Ah, wieder zwei weg. Ich seh nichts. Hu. Alter. Ja, da war einer direkt in my face. Hinter dir. Oh, hinter dir war auch. Ja, ich kann nicht hinter mich gucken. Zack. In dir. Hm. Ah, viele Peachy sind noch im Rennen. Oh Gott. Ah! Na, aber dritter. Oh nein, aber du bist doch dritter. Der Raider. Ey, das war wieder so unfair, ne? Ich hab die ja auch nicht gesehen in meiner Nähe. Das war das Problem. Aber man musste eigentlich in der Fünf-Sicht spielen. Das ist, glaube ich, am besten. Ja, aber weiß ich nicht. Find ich nicht so geil. Na, ich bin auch nicht so der Fan davon. Nur bei Pferderrennen. Da macht's echt Sinn, glaube ich. Na, obwohl man vielleicht sogar noch besser Ideallinie fahren kann, wenn man aus der Ego-Perspektive fährt. Oh, jetzt? Oh. Junge, was ist das denn? The fuck? Jetzt mach mal, mach mal Toe hier. Hey, der Typ. Wie ist der denn so weit gekommen? Er ist aber stehen geblieben. Platz 18. Nice. Oh, läuft bei dir. Danke. Ich werd jetzt erstmal Geilo würfeln. Was ist das geil? Wenn noch ne Eins. Ah, ne Vier. Also du bist jetzt so weit weg von mir, ich will gar nicht wissen, wie weit. Und ne Drei. Und ne Drei. Ey, ich brauch dann gleich noch ne Fünf. Und dann kann ich schon den Sack zu machen. Nein, bitte nicht. Dann machen wir den Sack heute zu. Lass mich bitte nur aufholen. Dann machen wir den Sack heute zu. Dann machen wir den Sack heute zu. Dann machen wir den Sack heute zu. Oh, Bowser fällt. Kein Bowser fällt. Scheiße. Echt bist du drauf? Wieder drei Felder zurück. Willst du mich verarschen? Ja, geil. Jetzt brauch ich noch zehn Felder bis zum Ziel. Ja, trotzdem bist du noch acht vor mir. Krass. Ja, aber ich will in die... Ach. Ja. Ja. Hallo und es ist Weihnachten. Es ist... Ich kann nicht mehr schweben. Ah, jetzt. Ich rieb die Kaffee so, meine Damen und Herren. Das hab ich auch schon lange nicht mehr gespielt, ey. Was ist denn hier das Dunklere? Ist das das Dunklere? Ja. Ah, ist immer schwer zu erkennen sowas, ne? Ja, das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Ähm. Oh Gott. Ich hasse. Okay. Ich hasse dich. Was? Hast mich schon verstanden, du Knecht. Hä? Sind das jetzt... Ne, das sind vier, hä? Aber... Ach hier auch drei. Hä? Aber hier ist der Ab... Ach so, das ist der Zweierabstand. Okay. Oh, bitte lass das richtig sein. Oh, fertig. Okay. Okay. Sieht gut aus, wenn ich mich so nach rechts und links umgucke. Ach, hier sind ja noch andere Sachen. Ja, ja. Ich bin schon wieder einfach... Weiße. Hilfe, Baluten, Hilfe. Jawoll! Okay, jetzt bin ich auch mit dem Ersten fertig. Ja! Juhu. Geil. So schnell. Was sind denn das für Bausachen? Du bist auch echt ein schneller Fratz. Was? Das... Das Zweite, ne? Ja. Unfassbar merkwürdig. Ich find's mega nervig. Ja, aber mal was ganz anderes so, ne? Und... Okay, fertig. What the frickin... Und was kommt jetzt? Ah, das Dia-Schwert, das kennst du schon. Ja, ich mag das Dia-Schwert irgendwie nicht. Das ist nicht... Hä? Was ist denn hier los? Zack, zack. Hier hab ich irgendwas falsch gemacht. Überraschenderweise. Zack, jetzt hier ein bisschen... Oh nein, ich hab hier irgendwo nen fetten Fehler drin. Oh, oh. Tschömelitz-Blui. Hä? Hab's. Erster. Ich hab hier aber auch... Ich hab hier auch irgendwo... Fett ein Fehler drin, fertig. Zack. Und den jetzt hier? Ich geh da mal schlafen. Ja, ich bin mit dem zweiten fertig. Oh nee, hier rechts von mir ist eine... Ach, das bist du. Ah ja, stimmt. Beobachte dich. Mach erst die Dia's, genau. Falsch. Ja, eins zu weit. Genau. Das... 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 Oh, nee, das gelieft. Ist das hier von dir? Beeil dich, beeil dich. Ja, ich beeil mich... Oh, das... Oh Gott. Alter, was machst du? Wie oft du den Block falsch stehst? Ja, weil ich bin halt nicht so gut im Bauen. Oh nein, wie knapp. Ach man. Aber das ist meine Chance, wieder aufzuholen. Außer ich würfelkacke. Ich muss jetzt gut würfeln. Ne 5! Ne 3, ach man. Ach man. I hate my life. Und ne 5, okay. Ne 3 und ne 5. Ich hole ein bisschen auf. Hätte ich gut gewürfelt, wäre ich jetzt wieder in deiner Nähe. Aber so? Ich bin Dritter. What the heck? Komm bitte Bowserfeld. Ach scheiße. Der hat 3 Felder. Aber irgendwie hinter mir hat bestimmt ein Bowserfeld. Komm schon ey. Ja, gewinnen kann ich eigentlich fast gar nicht mehr. Ich muss gewinnen. Ja, da hatte ich dann ein Bowserfeld. LOL. Und ist nach vorne gekommen, glaube ich. 1. TNT Run. Okay, TNT Run ist möglich. Ja, aber da kann es auch super schnell vorbei sein. Das stimmt. Wenn du Pech hast. Aber deshalb. Jetzt mal hier. Oh, oh. 5 Sekunden. Weg hier. Ja, da rennt schon einer. Ne, doch nicht. Wenn du von allen Minispielen, die du so in Minicraft kennst, einen aussuchen müsstest, wer dein Liebling ist, welcher wäre das? Könnte ich gar nicht so genau sagen. Weiß ich gar nicht. Ich muss mich konzentrieren auf mich abzulenken. Das ist mein Ziel. Einfach nur abzulenken. Oh, oh. Also bei mir wäre auf Platz 1, glaube ich, Jumleago und dann Mario Party. Mario Party spiele ich momentan super gerne. Oh Gott. Nein, der will mich. Ne, der will mich nicht. Ey, das war gerade so knapp, ne? Glaubst du mir nicht? Oh, Alter. Oh nein. Okay, da kommt man. Kommt man da noch mehr. Oh nein. Oh nein. Oh, oh. Ich habe mir, glaube ich, auch gerade mein Graf. Nein, jemand hat mich. Ach, scheiße. Da war nichts mehr übrig. Ist hier noch? Ja, einer stirbt jetzt und läuft. Oh, Peachinsel. Kreise. Ja, bei mir war leider echt gar nichts mehr. Komm schon, jetzt gut würfeln. Ja, dann bist du durch. Aber eventuell bin ich in den Top 3. 6. Ja, ich hatte Glück. Ne 6. Ach komm. Du wirst eh mit dem 2. was besseres würfeln. Ne 5, ja voll. Jetzt kommst du aber drauf an, was der andere gewürfelt hat. Ja, ja. Wenn die noch ein Bowserfeld haben, das wäre natürlich auch kacke. So, Tommelwirbel nicht spoilern, Manu. Nullfelder bis zum Ziel. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ich hasse mich, ja. Ich hasse mich. Ich hasse mich. Jawohl. Ich bin vierter Platz. Da hat wohl irgendwer gerade echt durch das Bowserfeld noch aufgeholt. Jawohl. Guck dir mal an, wie knapp das ist. Ein Feld, drei Felder, vier Felder. Das ist wirklich krass. Mann, hätte ich vorhin nicht die Eins gewürfelt. Ja, meine Fans. Ja, 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 ja. Erst Platz, P-Dizzle. So, Leute, lasst eine kleine Bewertung da. Wenn es euch gefallen hat, schaut unbedingt bei German Let's Ploy vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung. Den Verlierer. Den Verlierer. Aber man kann es ja nicht immer gewinnen, Alter. P-Dizzle, extra der Rösel hat gewonnen. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao.